Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf WamaRamaCrew. Es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Ja, wir waren jetzt eine Woche nicht zu Hause, deswegen waren die Videos ein bisschen vorproduziert, es waren ja zwei Stück Kamen. Und ja, jetzt kommen wieder brandaktuelle Videos. Also heute mal ein Gewinnspielauflösung, dann kommen die nächsten Tage das Event-Fazit und dann schon die Event-Vorstellung zum neuen Event. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall wieder ganz normal weiter mit unserem Kanal. Letzte Woche waren wir ja nicht da. Und jetzt würde ich sagen, haben wir ein 400. Level-Gewinnspiel von Mr. Mammelow gehabt. Der ist im Barmer ins 400. Level aufgestiegen. Und aufgrund dessen haben wir ein Gewinnspiel veranstaltet. Und jetzt die erste Frage. Wie viele Sterne benötigt man, um WamaRama freizuschalten? Da war das Ergebnis 50 Sterne. Dann die zweite Frage. Wie heißt die neue Fläche auf Barmerama? Das ist die Kristallfläche, ja. Dann, welches Erzeugnis stellt der Elefant hier? Das ist nämlich die Erdnussbutter. Und dann die gute letzte Frage. Das haben auch alle richtig gehabt. Also nochmal großes Lob an euch. Ihr habt alle richtig gehabt. Es gab früher eine eigene Währung in Barmerama. Wie hieß diese? Das ist das Palm-Handy. Ja, es haben insgesamt 22 Stück mitgemacht. Das ist neuer Rekord auf unserem Kanal. Vielen Dank nochmal an die zahlreichen Teilnehmer. Wir sind echt spraßlos, dass so viele mitgemacht haben. Ja, und zu gewinnen gab es ja einen Giraffenstall, Krokodilgehege, Pandagehege, Affengehege, Pink. Dann dieses Scheuche da. Dann Vorsicht, Eisschlag ist das, glaube ich. Und Trostpreise für jeden, der nichts gewonnen hat. Ein Karotten, Apfel, Chantney. Also jeder hat was gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in den Random Namepicker rüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, jetzt befinden wir uns auf dem Glücksrad. Ja, der erste Preis ist der Giraffenstall, weil der auch am seltensten von allen ist bis jetzt. Und deswegen ist da die Wahrscheinlichkeit für euch ein bisschen gering, weil ja jetzt noch alle drin sind. Dann würde ich sagen, drehen wir gleich mal ab. Und gewonnen hat der bei diesen letzten Top 200 Events sogar Platz 1 belegt hat. Das ist Sky Fioran Farm. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten Preis. Nämlich mit dem Krokodilgehege. Da bin ich auch mal gespannt, wer das gewinnt. Und das gewinnt. 25.04. 1988 gewinnt den Krokodilstall. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich werde euch natürlich nach diesem Video alle noch anschreiben. Der dritte Preis ist dann der Affengiege Pink. Und der geht an Meerblau. Herzlichen Glückwunsch an Meerblau. Hat in letzter Sekunde noch mitgemacht. Halt am 7. Und heute haben wir den 11. Hat sich ein bisschen verzögert. Aber das Gewinnspiel ist ja bis gestern gegangen. Also für den Sonntag. Ja und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter zum Sterngucker-Item. Misters. Da habe ich vorher Scheuche gesagt. Dann schauen wir mal, wer da die Sch... Ja, den Sterngucker holt. Und das holt Schäfchenmehl. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Die hat den Sterngucker gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal. Und jetzt kommen wir zum Klubschei. Das ist nicht Vorsicht-Einschlag, sondern Klubschei. Und das geht an... Roadrunner. Einen Abonnenten von unserem Kanal. Herzlichen Glückwunsch zum Preis 5. Ja, und die restlichen Gewinner haben natürlich... Die, die auch noch auf der Liste sind, haben auch was gewonnen. Nämlich alle bekommen ein Karotten-Apfel-Chantney. Das sind auch ordentlich viele. Dann auf jeden Fall Glückwunsch an die Gewinner. Ich werde euch jetzt gleich anschreiben. Und die Items werdet ihr in Gift & Trade bekommen. Karotten-Apfel-Chantney die nächsten Tage, Wochen wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal zahlreichen Teilnehmern. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Gewinnspiel auch wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.